Es geht los im Dunkeln. Ja Gott sei Dank. Mit Fragment Tea und der Taschenlampe in der Hand. Hallo, zeig dich mal. Oh, hallo. Jetzt guckst du nicht so. Genau, was guckst du? Oh, gerade aussieht schon sehr gut aus. Ach du Scheiße. Ich hoffe, es kommt kein Wasserteufel. Ah, da ist es ja schon. Boah, das ging aber fix. Das stimmt. Ich hoffe nicht, dass die Gegner auch gleich so da sind. Die letztes Mal, als so schnell gespawnt sind. Achso, den kann ich ja gar nicht Messer. Warte mal, ich habe den Döner. Oder ja, mach mal den Döner mit. Ich hoffe, er hat fast geklappt. Ich zünde den nochmal zur Vorsicht an. Ja, mach mal. Ich glaube auch, ich habe schlecht geworfen. Ach jetzt. Alter, das hat aber gedauert. Der verträgt eine ganz schöne Menge. Alter, das sah voll mies aus. Sie kommt um die Ecke, guckt, wir sind da los und bam, gleich Kopf weg. Nein, nein, nein. Oh, hallo. Oh, nochmal Kopf weg. Und gleich Munition als Belohnung. Cool. Zack. Oh. Reicht für uns beide. So. Dann würde ich sagen, können wir hier lang gehen. Ja, finde ich auch. Das sieht am nächsten aus. Ich habe mir diesmal wieder zwei Schalldämpfer-Waffen geholt. Also einmal Pistole und Gewehr. Mal gucken, ob das wirklich so ist, dass ich damit ganz gut zielen kann. Ja. Wenn du dich dran gewöhntst, bestimmt. Ich meine, du warst ja schon ziemlich. Oh, da kommt hier der. Shit, der Wasserteufel. Ich schieße mal auf ihn. Ja, ich bin durch. Ah, super. Aber im Dunkeln ist es immer noch so unangenehm zu spielen, muss ich sagen. Also ich liebe das dann lieber. Wo laufe ich denn lang? Was ist denn das Ziel? Achta. Äh, ich finde es dann geiler, wenn es irgendwie hell ist und man ein bisschen mehr sieht. Aber. Ja, stimmt. Wir haben den sogar schon gefunden. Der Dicke ist hier drinnen. Oh. Na dann mal Tau. Dann hauen wir ihn gleich ein auf die Mütze. Auf jeden Fall. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Genau. Oh, da kommt doch. Hey. Ich habe den gar nicht getroffen eben da. Also das ist aber schlecht. Oh, man hört ihn sogar schon laufen da drinnen. Mhm. Sollen wir mal den Eingang finden. Achta. Eine Leiter führt nach oben. Ins Verderben. Achso, wo ist er denn, der Dicke? Das ist der, der mit dem Feuer, ne? Genau. Das ist das Schweinchen. Ja. Ach, da ist er. Das ist denn unser Freund. Oink, oink. Der war doch noch hier. Ah, hier ist er. Ja, hallo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, lösch dich hier. Lösch, lösch, lösch. Sehr gut. So haben wir den jetzt hier richtig nachgeladen. Alter, der läuft da mit dir immer im Kreis. Ja, du hast einen höheren Level, ne? Dann kannst du den ganz gut ziehen. Ja, ich glaube, das liegt auch an der Waffe, weil die macht schon mehr Schaden. Alter, das war ein Michael Jackson Move, wie er nach links geslifte. Jetzt hat er mich erwischt. Ist er denn der Dicke? Ja, kommt mir gerade hinterhergelaufen. Ich bring ihn mal mit. Oh, ist er wieder hoch? Nicht gut. Das ist mir richtig besorgt. Ich komme nicht durch. Jetzt habe ich dich angezündet. Aber ich habe ihn gleich... Ach, der hat mich erwischt. Hat dich erwischt? Ja. Alter, das gibt Rache. Ja, du kannst mich ja Gott sei Dank wiederbeleben. Wenn du überlebst. Ja, mach's gut, Chantal. Heuleise. Oh, ne Pfeife. Weißt du, macht da einer auf dicke Hose? Ne, 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 ne. So, wo finde ich denn meine Kollegah? Oh, da ist Kollegah. Ich bin oben gestohlen. Oben? Oben? Alles so verwirrend hier. Links jetzt. Genau, da siehst du mich durch die Tür. Ah, da bist du, da bist du. Sehr gut. Weißt du, ich reiß mir den Arsch auf, muss den Typen killen und du legst dich hier schlafen. Echt? Das ging gar nicht. Ich hab dir mal eine Spritze gegeben, ne? Oh, das ist... Das ist richtig geil, wenn du deinem Kumpel da hier hinten rein drücken kannst. So, willst du den verbannen? Ja, genau, das sollten wir mal machen. Ja, erste Runde. Gleich eine Verbannung. Das ist doch mal ganz genial. Das kann es nur sein. Ah, ich will schon in der Nähe ballern. Ja, kann ich sagen. Wir werden gleich ganz viel Spaß haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo wir uns aufteilen. Das ist echt schwierig, ja. Entweder haben wir Glück, es kommt gar keiner rein, oder... Aber da haben wir ja einen Glück und es kommen ganz viele rein. Ja. Mal gucken, auch 25% erst. 31. Pistole ist auch geladen, falls wer um die Ecke kommt. Das ist gut. Da draußen sehe ich zwei Zombies. Ich dachte schon, das war ein Gegner. Oh, das Gewitter ist wie Musik. Alter, die Verbannung sieht aber auch aus, als wenn er blau verbrennt, oder so. Ja. Oh. Hast du das? Nee. Okay. Wir sind da. Scheiße. Einen erwischt, aber nicht tot. Mhm. Oh, zwei gleich. Scheiße, du standst vor mir. Du da raus, ich geh mal hier um die Ecke. Mhm. Ach du Scheiße, die sind auf dem Dach, sind sie auch. Ach du Scheiße, wie viele sind denn da? Einen hab ich erwischt. Oh, gut. Scheiße, ich sehe gar kein Dach da hinten. Vielleicht muss man nachladen. Okay. Jetzt ist noch jemand gestorben. Oh. Ja, die haben sich da gegenseitig irgendwie gebettelt. Ja. Sieh ich da noch einen? Nee. Das wird sehr spannend werden. Ja, absolut. Gerade, was ich so krass finde, die ballern sich da gegenseitig nieder. Und wir sitzen hier im Haus, im Warmen. Und, äh, ja. Seitdem ist kommt mal einer reingelaufen. Ist ja wie Silvester hier. Gucken wir ja die Pakete zu. Auf jeden Fall. Was? Oh, Trophäe aufnehmen. Okay. Mal abhauen, oder? Ja, können wir machen. Ich meine, wir müssten nach Süden. Ich komme gleich mal hier raus. Hast du Trophäen genommen? Ja, habe ich aufgenommen. Die sind alle links. Wir könnten jetzt abhauen. Ja, hau mal ab. Weil das ist mir auch... Es gibt ordentlich Kohle. Ui, das war aber ein Sprung. Und die Beine in die Hand nehmen, sage ich dir. Ja, ja. Wenn die hinterher laufen, haben wir ein Problem. Ah, ja. Low Forest. Ah, die ballern da hinter uns immer noch. Das ist gut, das ist gut. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt richtig Kohle kriegen, weil wir rausgerannt sind mit zwei Trophäen und Hinweise gelöst und Zombies getötet, das geht richtig gut. Ja, ich denke auch. Das wird schön. Alter, so viel Wasser hier. Das ist doch scheiße. Wasser und Dunkel. Beides Mist. Der ist so langsam, meiner. Das gibt es doch nicht. Es gibt ja echt Charaktere, die laufen ein bisschen schneller. Aber der hier... Der ist doch hier... Na okay, der hat ja auch nichts gekostet. Ja, und der war nicht beim Sport, ne? Mhm, auf jeden Fall. So, weiter geht's. Sieht aber ganz gut aus bis jetzt, ich glaube. Mhm. Vielleicht haben wir Glück. Oh. Der Ding war aber flink. Ist doch von links nach rechts so ganz schnell rübergelaufen. Oh oh. Oh. Ist das hinter uns? Ja, also, ich würde es schon sagen. Ähm. Ich hoffe es. Aber... Das kann ja mal ganz schnell nach hinten losgehen, äh. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt. So, wir sind gleich da. Okay, das ist gut. Alter, durch tausend... Über tausend Wurzeln muss ich hier laufen. Am Baum vorbei. Am Busch. Also, die totale Wildnis hier. Definitiv. Über tausend Wurzeln... ...muss ich gehen. Tausend Zombies... ...müssen gegen mich bestehen. Da sind wir schon. Ah, sehr schön. Ich glaube... Jetzt kann man nochmal mit diesem E... ...mit dieser Sicht gucke ich nochmal nach hinten. Nun, ich habe auch drei Stück. Ne, kein. Das sieht ganz gut aus für uns. Hm. Die schaffen das nicht mehr bis hierher. Nö, das kann man auch. Dann kann ich nochmal ein Zombie platt machen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, ich kenne sogar noch... Ah, schade. Ich wollte den gerade messern. Da war ich weg. Ist doch super. Ne, wir haben überlebt. Auf jeden Fall. Das war richtig gute Runde. Das war... Also, das muss aber zwei Daumen nach oben geben.